Wenn Sie sich exzellent mit Ihren Produkten und Leistungen auskennen, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie auch gut verkaufen können. Schließlich kann der Kunde die Qualität Ihrer Leistung ohnehin erst viel später beurteilen. Wenn Sie im Verkauf arbeiten, sich aber nicht als typischen Verkäufer bezeichnen würden, dann sind Sie hier richtig. Gerade Menschen, die wirklich gut in Ihrem Fachgebiet sind, verzweifeln oft daran, dass die Kunden ihre Expertise offenbar nicht erkennen können. Die besten Fachleute scheitern, weil sie ihre Leistung zwar gut erklären, aber nicht ebenso gut verkaufen können. Und dazu kommt noch die Doppelrolle. Kunden wollen einerseits beraten werden, aber sie hassen es, wenn ihnen etwas verkauft wird. Wie kann man seine Reputation als erstklassiger Berater erhalten und dennoch erfolgreich verkaufen? Wie soll man zügige Entscheidungen bewirken, ohne zum billigen Druckverkäufer abgestempelt zu werden? Wie erklärt man komplizierte Zusammenhänge einfach und reizvoll? Diese und viele andere Fragen, die sich im professionellen Verkauf stellen, habe ich in einer Serie von vier kostenlosen Videos beantwortet. Wenn Sie profitable Beziehungen anstreben, dann wird Ihnen diese Serie sicherlich wertvolle Impulse bieten, weil zu jedem Video auch ein Arbeitsblatt kostenlos erhältlich ist. Sie können das ganz einfach herunterladen, wenn Sie die vier Videos anfordern. Ich freue mich, wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten. Und sehr gerne nehme ich Ihre Kritik und Anregungen auf, um noch besser zu Ihren Anforderungen zu passen. Klicken Sie jetzt hier und fordern Sie Ihre vier Videos kostenlos an. Ich freue mich, wenn Sie einen Blick auf, um noch besser zu Ihren Anforderungen zu passen.